Nein, ich kann nicht... Ich kann keinmal mitnehmen. Was macht ihr gerade noch so? Ah, McCoy. Ich hoffe, du kriegst Durchfall. Wow. Oh Mann. Du musst wie Kasuma aus Konosoba es dir an Erse anwenden. Ja, gerne. Survivor-Runden. 7 day to die. Ich muss jetzt schlafen gehen. Dann danke, Gabriel, dass du da warst. Dann schlaf schön, erhol dich gut. Danke nochmal für den Follow. Schokoriegel-Futter. Lecker. Ja, da kommst du zu spätlos. Liebe verteilen. Das ist Niesnummer. Ja, Juvia, wir sind doch hier. Ach mein Gott. Manchmal ist sie anstrengend. Oh, Sven, ey. Seid also kacke. Oh, hier bis hinten. Das kann man halt da nicht zu suchen. Doch, besser ist. Ja, besser, Keks. Okay, dann Minus Kappa. Ah. Ja, 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 ich bin. Ich weiß nicht. Das ist deinll Genug. Ich bin, wie? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Prügel! Oh, nice! One hit! One hit! Prügel! Who is that? Grace, there's a one hit man. Yeah, he is there! Um, I just need to step out. So, durch das blöde Niesen läuft die ganze Zeit meine Nase. So, durch das blöde Niesen. 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 Jetzt löchne gleich wieder die Nase. Oh, schön, dass ich es hier so einbauen. Das ist wieder Makacup. Oh, hab ich endlich mal die Zutaten? Hm, das wär cool. Ja, hat ja lang genug gedauert mit dem Kack. So, durch das blöde Niesen. So, durch das blöde Niesen ist das blöde Niesen. So, bei mir ist es, ich sage, dass ich mit dem Kack. Das blöde Niesen und der Blöde, die mit dem Kack. Ich glaube, dass ich mit dem Kack. Das blöde Niesen und der Blöde Niesen. Also, ich bin mit dem Kack. Das Vertrag ist doch die Super-Ultimate, äh, Ultimative, oh Gott, mmh, ja, da war ja auch was. Pauletta. Na, war die nicht offen, Lucy? Ach so, ich dachte, ihr redet von Fairy Tales. Ne, dann hab ich's verwechselt, okay. Ne, an die Attacke erinnere ich mich nicht mehr. Ja, von Mr. Sartan. Ne, an die Attacke. Ne, an die Attacke. Oh, mein Naso-Kitze die ganze Zeit, das nervt. Nervt's. Ist wieder Allergie-Zeit, oder was? Kein Bock. Nimm das, Allergie! Tablette! Scheißdruck, ey. Die Arme-Allergie. Hallo? Ich kann nicht richtig spielen wegen der Scheiße. Ich kann nicht richtig spielen. Ich habe sie nicht bekommen. Bist du jetzt? Ich bin jetzt hier. Ich sagte das, was ich nicht leise. Ja, ich bin schon geredet, was ich nicht? Ja! Ich bin schwach. Ich bin jetzt. Lass mich stören. sicherlich 1 30.000 was sagt aber ich es ist es 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 Das war's für heute. Das kann ja wieder weggenommen werden, das Logo. Ist ja nicht tätowiert. Das ist so ein magisches... Also magisch irgendwie raufgemacht. Kann man auch wieder entfernen. Ja, magische Stempel, genau. Oh, okay. Ise-make. Kondo-eck-schaiba! Yossi. Karu-no-dekkaan! Oh, wow. Die normale Taka, einfach so scheiße. Ah, jeder kann sich eine Farbe aussuchen. Lucy hat zum Beispiel, ich glaube, rosa auf ihrer Hand. Also pink. Er hat blau. Er hat blau. Ich bin da, ich bin da. Auf 35.000 Schaden hab ich gemacht. Was ist denn jetzt los? Wer ist die Grüne da auf einmal? Ähm, wo kommt die jetzt her? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist irgendwie nicht so gut. Das war's für heute. 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 Ich war voll der nette Brabe, bevor ich hier ankam. Genau. Genau, weil du so nett und brav warst. Bist du jetzt Mods? Ist nicht so, weil du identisch bist mit den anderen Mods. Vom Verhalten her. Nein. Genau. Oh doch, ein fiesester Beweis. Du hast mich auch manchmal dazu gebracht. Ja. Da war ich mal ruhig und dann kommst du an und machst da auch so eine Dinge und sagst Dinge. Ja. Du liest das ja alles schon auf YouTube. Da sind die Beweise. Hallo Chris. Mods passen uns nur an. Ja, genau. Jetzt kommt so eine Ausrede hier. Oh ja. Oberwatches löst du bei uns zurück. Ja. Sogar irgendwie noch, weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Die Arena und so sieht es ganz anders aus. Also mehr Funktion und sowas. Also mehr Funktion und sowas. Das war's. Sogar. 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 Oh, ich muss gleich wieder niesen. Oh, ich muss gleich wiederholen. Oh, das ist gerade schlimm. Was ist der Ball wieder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass ich das im Stream jetzt nicht spielen würde. Kann mir jemand die Nase abreißen? Was, Montag? Was ist Montag? Achso, du meinst den Fallout? Äh, ja. Machen wir dann weiter. Moment, ich setze mich schnell hinzu. Warte, ich komme nicht rum. Okay, ihr teilt euch denn... Einer kriegt den linken und einer den rechten Nasenflügel. Liss-Nase-Klau, ja. Ist gerade echt schlimm. Ich weiß auch nicht, warum das immer zu solchen Uhrzeiten so schlimm wird. Was ist das? Kann mich mal jemand aufklären? Why? Hm, Charakter... Fünf... Wow, ich hab 574 Punkte. Nice. Hm. Kommst du zurück, Vitos? Was? Hoffentlich fliegen keine Hunde dann rum. Wow. Nimm, 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 nimm. Was meinst du, was ist passiert? Äh, nix. Aber ohne Nase würde es merkwürdig aussehen und dann müsste ich auf eine andere Bezahlung bestehen. Ja, ihr müsst mich denn bezahlen, dass ich mir eine neue Nase machen muss. Die nicht allergisch ist. Beziehungsweise allergisch auf alles reagiert. Die ist aber wirklich listig. Oh! In Animes sieht man die Nase auch oft nicht. Ja, das stimmt. Ob man dazu auch angezündete Pfürze isst. Und die haben einen makaberen Geschmack, wer weiß. Ich glaub ich mal noch die Aufgabe hier. Genau. Hast du Amino die App? Äh, nee. Also ich hab schon mal was davon gehört, aber nee. Hallo Tobi. Ja, ist mir heute zu warm. Ja, ist nicht so oft Tobi, das stimmt. Ich war heute zu faul auch. Schade, ganz coole App. Ich wollte sie mir mal anschauen, da gibt's ja richtig viele Gruppen mit Animes und sonstige Themen. Ich hab schon öfter was davon gehört. Jetzt mal hier nochmal. Oh stimmt, das hat ja gar kein Cap auf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, du sagst es ja, du bist unaufmerksam. Amino ist eine App. Da gibst du verschiedene, ähm, sozusagen Fangruppen. Vielleicht jetzt zum Beispiel von Animes und je nachdem was für eine Gruppe eröffnet wurde. Da tauscht man sich dann aus oder über die Themen und so. Ja. 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 Ja.